Heute mal mit einer neuen Waffe am Start. So sieht die aus hier eine schöne neue Waffe. Mal gucken, wie die ist so geil. Mal gucken, wie man mal aussieht. Auf jeden Fall mehr Damage. Leider habe ich kein super gutes Visier für die Waffe. Schade eigentlich. Kommt vielleicht noch, wenn ich hier was freischut wieder oder so. Ähm. Sind die mal drei oder was? Anscheinend ja. Sind die mal drei. Nö. Ich habe mich einmal ausprobiert. Lass mal testen die Waffe. Das ist bestimmt geil. Auf jeden Fall macht die mehr Damage laut. Laut. Ähm. 30 Schuss. Aber mal gucken. Ja, die macht ganz ordentlich Damage. Die haut richtig rein. Nur die ist nicht so schnell. Die macht ganz ordentlich Damage. Oh. Alter. Die habe ich ordentlich weggerubt, Alter. Der macht ordentlich jetzt Damage hier. Die haut irgendwie rein. Aber leider ist das Visier nicht so geil. Leider ist das Visier nicht so schön. Ich mache mal hier wieder hier rein in meine Ecke. Guck, wenn jemand ist. Hier ist schon mal keiner. Alter. Ist hier irgendjemand? Wo sind die ganzen Gegner? Oh, da war einer. Hier. Wo sind die Schalaschen in den Kopf? Die haben die alle. Boah. Die scheinen gut zu sein. Die Schalaschen in den Kopf. Weil die haben meistens hier. Schade lebt man die Leute nicht, was die für Waffen haben. Das ist schade. Ja, na klar. Jo, auf jeden, Alter. Ich schlag da so schön. Ich bin gespannt. Genießt die Sonne. Und dann BAM. Ach so. Oh, oh, oh. Also irgendein Freund. Der wird hier gleich mit ihren Spielereien empfangen. Oh, oh, oh. Ich will rennen. Ein richtiger Armada kommt jetzt hier. Alter. Mega. Armee der Guten greift an. Ich wollte eigentlich nicht so viel rennen, habe ich mir vorgenommen. Bei der Map ist das... Ist hier niemand? Ja, da ist keiner. Boah, Alter. Der hat ordentlich... Heute habe ich 50 plus bekommen. Ordentlich Damage gemacht. Hier oben dann jemand? Hey. Okay. Okay, alles klar. So. Hab mich hier in der Leiche versteckt. Alles voll geil. Alter. Hö? Hoi. Hoi. Alter. Der hat er ordentlich. Der hat er ordentlich draufgeheimert. Er ist einfach umgefallen. Ganz komisch manchmal. Ich fahre manchmal ganz komisch um. Warum weiß ich auch nicht. Der hat auch übelst Damage. Die Waffe. Die kommen bestimmt gleich jetzt hier wieder. Mal. Wenn ich hier lang bin, dann hier. Ja. Ich höre immer die ganzen Schritte hier. Ich weiß gar nicht, ob sie alle gehen. Alter. Ist das eine feindliche Kanone? Äh, freundlich. Ja, 50 habe ich noch mal bekommen, aber... So ist das... Oder ist das jetzt nicht hier? Ist das für ein komischer Name? 19 oder... Was sind das für Zahlen, Alter? Junge! Nee, jetzt schon mal keiner. Hey! Feuer einstellen, Alter. Ich gehe mal hier rein. Was ist denn das schon wieder gewesen, Alter? Meine Herren, Alter. Was ist denn das? Das wäre so auch nicht so genau. Hä? Warum ist der jetzt umgefallen? Ja. Alter! Wo war denn... Oh, der war hinter mir. Ich dachte, der ist gestorben. Weil der hat auch 100 abgezogen. Weil 100 ist ein Mann, also... Waren es da nicht zwei oder so? Hm. Curious. Liegt niemand? Ah, scheiße. Wäre ich liegen geblieben, Alter. Manche überlegs. Gehe ich sie nun? Gehe ich sie nicht? Boah! Zweier Kleider. Dem Kleid zweiermal, Alter. Ja, 50. Okay. Der andere lebt bestimmt noch. Hopp. Maler wein' da. Maler schritte mal drzma. Maler schritte. okay da kann ich rennen wenn da keiner ist dann meistens hier niemand so oben gemeint ne alle selben gedanken gehabt jetzt alle die gegner ist die hier drinnen oder was? pass auf da kommt es glaube ich noch massen raus alter alter scheiße mann wo war denn der alter ich hab den nicht gesehen alle leute ich hab den nicht gesehen wo ist denn der ich hoffe da gab es bestimmt leider geboren hab ich dich jetzt hab ich dich ja ja geil mega geil die waffe neue waffe und ich 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 diesmal am ender cut ich 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 oh ich komm vielleicht am end cut vielleicht ich jetzt alter alter krass alter der hat's ja richtig alter der hat's ja richtig drauf gehabt alter dankeschön fürs zudan und bis dahin